Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Mein Name ist Frank Ularis und wir sind hier zu Gast bei Betrieb Blue Earth. Und ja, wir haben darüber geredet, über das Elixawasser, was das eigentlich alles macht. Aber es macht natürlich viel mehr. Also, wir haben hier ein Wasser, das wir erreicht haben mit Liebe und Dankbarkeit. Das ist ein großes Feld, was das macht. Und da können wir verschiedene Sachen mit machen. Und die sind wirklich erstaunlich, kann man schon sagen. Also, das Wasser, das machen wir in ein Ei. Ein richtiges Ei. Dies ist ein Strauß-Ei. Und groß. Das ist natürlich leer gemacht. Dann füllen wir das mit, das Elixawasser. Und dann haben wir eigentlich ein Feld, das ist wirklich unglaublich. Sehr groß. Also, dies hat 38 Meter. Und da sind verschiedene andere noch, die sind etwas kleiner. Aber was macht das eigentlich? Weil es füllt den Raum mit dieser Energie. Und da passiert allerhand, kann ich ja sagen. Und erstmal natürlich, warum ein Ei? Na, weil man darüber nachdenkt. Alles Leben kommt aus ein Ei. Also, alles Leben wird geboren aus ein Ei. Und wenn wir geboren sind, dann haben wir auch ein Ei rund um uns. Und das ist das Aura. Das können wir sichtbar machen, das können wir sehen lassen, durch Kirillan-Fotografie. Das ist ein sehr feingefühliges System, der dieses Energiefeld eigentlich aufnimmt und sichtbar macht, für uns zu sehen. Also, ein Ei ist eigentlich, ja, wo muss ich sagen, ist da, um das Leben zu schützen. Und wenn man einen guten Aura hat, da weiß man auch natürlich, und die Chakras sind allein, dann weiß man, ja, da wird man geschützt. Und, also, das ist kein Zufall. Wenn man da sieht, was das eigentlich alles bringt, ich habe hier so ein Bild, so ein Bild von Kirillan-Fotografie auf meinem Computer. Hier sehen wir ein Bild von einer Frau, die hat diese Apparatur, aber die ist noch nie mit unseren Produkten eigentlich in Kontakt getreten. Und diese Frau, die hatte eigentlich eine Gehirnblütung gehabt, schon eine Zeit her. Aber sie sagt, also, mein Aura sieht nicht gut aus. Und das können wir sehen, das linke Bild. Hier sehen wir eigentlich da, wo weiß ist, ist zum Beispiel keine Energie. Und die Energie, was wir sehen, das ist eigentlich verstört. Dann sehen wir die Chakras, die sind auch nicht in der Mitte. Die sind alle ein bisschen, ja, nicht alles eben so groß. Und dann haben wir diese Frau zehn Sekunden dieses Ei festgehalten. Festgehalten. So. Wird wieder hingestellt. Und dann, voila, was sehen wir? Die Chakras sind wieder in der Mitte. Und das Feld hat sich wieder, ja, wo muss ich sagen, getankt. Also, diese Frau ist eigentlich Richtung gesund zu werden, ja. Also, das ist dann, können wir sehen, was das eigentlich bringt. Und das hören wir auch von vielen Leuten, dass die Leute sich gut fühlen mit dieses Ei. Wo da Probleme sind, die können gelöst werden. Ja, und, äh, also das Ei machen wir dann auch hier. Es steckt zum Beispiel ein Enten-Einrei. Das haben wir mit der Erde, äh, haben wir das, äh, zugemacht. Und, äh, haben wir, äh, keramisiert mit einem Prozess. So, dass es ein bisschen gut fest ist, nicht. Nicht direkt kaputt, wenn es fällt. Ähm, und dieses eigentlich, um einen Raum zu stellen. Jetzt können wir sagen, was macht das eigentlich dann für Leute, die zum Beispiel empfindlich sind für Wi-Fi und, äh, die Strahlung. Weil mehr und mehr Leute werden krank von dieser Strahlung. Und, ähm, da kann man sagen, wie das eigentlich funktioniert. Also, Sie können sich vorstellen, die Information von Wi-Fi und so weiter, die ist hier in den Raum auch, ja. Ja, also in den Raum ist gefüllt mit Informationen. Wenn ich hier ein Radio hinstelle und, äh, ich sehe mal auf den richtigen Sender, dann kriegt man da die Musik raus oder was auch, was im Sender ist. Und, also, diesen Raum wird dann gefüllt mit dieser Energie. Eigentlich kann man das ein bisschen so auch sagen, wie wir eigentlich funktionieren. Ja, also, äh, wenn ich nicht bei mich selbst bin, ja, im Herzen lebe, dann, wie ich sagen, dann, ähm, bin ich mehr offen für andere Sachen. Das passiert. Wo keine Energie ist, da kommt Energie rein. Nein? Also, wo ist man eigentlich aufgestimmt? Wo, wo, welche, welche Sender möchten wir empfangen? Und die Leute, die dann krank sind geworden von dieser Strahlung, ja, da sieht man auch, dass Aura ist dann auch nicht so schön mehr. Und, ne? Und was das Ei macht eigentlich, es bringt mich zu mich selbst wieder. Ne? Ich kann wieder, ähm, in mein Herzen gehen. Es ist ein Hilfsmittel. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, um zu begreifen. Dies sind Mittel, um zu helfen. Aber wir müssen gut bedenken, dass eigentlich, dass wir das auch selber machen können. Wir brauchen das eigentlich nicht. Aber manchmal haben wir ein bisschen Hilfe nötig. Drum ist es da, zu gebrauchen. Ja, und dann haben wir natürlich verschiedene Systeme da mitgemacht. Also, ein großes Ei für das ganze Haus zum Beispiel. Ja, kann man hören, dass auch richtiges Wasser einsteckt. Das ist Elixawasser. Eineinhalb Liter steckt da drin. Kommt zu glauben. Dann hat man das kleine Ei. Meistens eigentlich auch im Schlafzimmer oder im Arbeitszimmer, wo man arbeitet mit dem Computer und so weiter. So. Dann haben wir auch ein sehr kleines Ei. Steckt hier drin. Ja, süßes Ding. Und die kann man da mitnehmen. Das sind viele Leute, die gehen eigentlich das Haus nicht mehr raus, ohne das Ei, um eigentlich die Schützung zu fühlen. Hier haben wir auch etwas, was die Erde hilft. Dies wird nämlich im Erde eingebuddelt. 60 Zentimeter unter die Flache. Und das eigentlich wegen das Frieren. Weil Wasser, das geht natürlich aus Breiten. Und dann geschieht dies. Sie sehen hier, da ist ein Enten-Ei-Reihe. Da war das Wasser rein. Und Sie sehen, mit dem Punkt ist es nach unten. Sehen Sie? Das ist auch sehr wichtig. Also blau ist dann eigentlich die Luft. Und dies ist dann eigentlich die Erde. Also so rum wird das eigentlich eingebuddelt in Erde. Die Auswirkung ist phänomenal. Also bessere Ernte, keine Chemikalien mehr nötig und so weiter und so fort. Fünf von diesen Systemen für einen Hektar. Also mit einem Pentagramm. Da muss man ein Pentagramm machen. Man kann es auch nur eine brauchen. Das ist auch kein Problem. Ich meine, einen kleinen Garten ist es auch wichtig, um das zu machen. Also wir haben verschiedene Testen gemacht. Das ist auch eins, was wir machen. Weil wir möchten eigentlich das sogenannte Spirituelle verbinden mit die, wie muss ich sagen, reale Welt. Das kann natürlich nicht gesagt werden. Aber doch, Leute möchten eigentlich gerne auch Rapporten sehen. Etwas sehen, das ist, was funktioniert. Wie ein Bild zum Beispiel. Das kann man machen. Und so kann man die Leute zeigen eigentlich, dass es kein Humbug ist, dass es richtig funktioniert. Nicht nur natürlich die Sachen, die wir sehen, aber es ist auch messbar. Und das ist sehr wichtig. Weil dies ist die richtige Welt. Dies ist, wie die Matrix eigentlich funktioniert. Und ich glaube, wir müssen da etwas mehr lernen. Weil wenn wir das sehen, was hier eigentlich passiert, da kann man nur sagen, tja, schön. Schön, wie die Welt ist. Und da ist Hoffnung. Also, wir gehen natürlich noch weiter, weil das ist nicht das Einzige, was wir hier mitmachen. Ich wollte ja mitnehmen, in der nächsten Video, dass wir auch noch größer machen können. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen spannend gemacht, aber das ist gut. Also, sehen wir euch das nächste Mal. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020